Du bist Online-Händler und verkaufst deine Waren bei Amazon und lässt das Ganze durch FBA abwickeln und möchtest dich natürlich jetzt erweitern, weil aufgrund des Weihnachtsgeschäftes vielleicht jetzt mehr Reichweite sein soll und du für dich eBay als zweiten großen Marktplatz entdeckt hast. Nun ist es so, dass du sagst, eBay bietet kein Fulfillment Service an, demnach kann ich da nicht verkaufen. Nein, so ist es nicht. eBay bietet schon etwas längere Zeit ein Fulfillment Service an durch eine externe Firma, die das Ganze abwickeln lässt. In diesem Video zeige ich dir, welche Firma es betrifft und welche Firma ich vorstelle, die das Ganze Fulfillment für dich abwickeln wird, so dass du auch auf dem Marktplatz eBay deine Waren anbieten kannst, um so noch mehr Reichweite zu erhalten. Ich heiße dich herzlich willkommen auf dem Kanal Erfolgreich Verkaufen. Mein Name ist Alex, es freut mich, dass du dabei bist. Wenn du neu auf diesem Kanal bist und dich interessieren Themen wie E-Commerce, Verkaufen auf Marktplätzen wie Amazon und eBay, die Selbstständigkeit, Investitionen und Motivation, dann abonnier gerne diesen Kanal, drück auf die Glocke, so verpasst du kein weiteres Video mehr und du bist immer auf dem aktuellen Stand. Wie immer zeige ich das Ganze an meinem Notebook, wir gehen die Dinge durch. So Freunde, lasst uns direkt loslegen. Wie ihr seht, habe ich hier schon das Ganze eingeblendet. eBay Fulfillment. Wie immer, alle Informationen, die ich hier zur Verfügung stelle, findet ihr unten in der Beschreibung. Wenn ihr Fragen dazu habt, gerne unten in die Kommentare schreiben. Ich beantworte alles so schnell wie möglich und habt ihr irgendwelche Anregungen, Anmerkungen zu dem, was ich hier vorstelle, dann auch gerne unten in die Kommentare schreiben. Auch vielleicht für eventuelle zukünftige Videos, die ich hier zur Verfügung stellen soll, wo ich Hilfe geben kann, auch gerne schreiben und ich werde so schnell wie möglich mich darum bemühen. Ja, Fulfillment bei eBay oder eher gesagt eBay Fulfillment bei Orange Connex. Das ist nämlich die Firma, die das Ganze für eBay abwickelt. Denn wenn ihr das kennt bei Amazon, Amazon FBA oder einfach nur FBA gesagt, Fulfillment bei Amazon. Amazon hat ihre eigenen Lager, sodass diese auch von ihren eigenen Lagern Waren versenden kann und das Ganze sehr, sehr kostengünstig anbieten kann. eBay möchte danach ziehen und hat das Ganze für sich natürlich auch entdeckt. Schon längere Zeit, war noch nicht so richtig bekannt. Seit dem letzten News von eBay, die ich ja vorgestellt habe auf diesem Kanal auch, möchte eBay hier das Ganze noch besser und noch weiter in die Öffentlichkeit bringen, dass eBay Fulfillment auch angeboten wird und das Ganze auch durch externe Versandfirmen abgewickelt wird. Und heute möchten wir uns hier Orange Connex anschauen. Es gibt noch eine weitere Firma, jedoch soll es in diesem Video über Orange Connex gehen. Und wir haben hier eine kleine, ja so ein Layout, so ein Script, wo wir das Ganze uns anschauen. Es gibt hier einige Seiten, wir gehen die alle einmal durch und schauen uns an, wie gehen wir da überhaupt ran. Welche Kosten betrifft das hier, was machen die überhaupt und wie genau läuft das ab. Also, lasst uns da direkt mal anschauen. Also, wir sehen hier eBay Fulfillment, Verkäuferinformationen für eBay Händler. So, dürfen wir vorstellen, eBay Fulfillment bei Orange Connex. Sie versprechen hier schnelle Versandzeiten für die Produkte, die ihr bei eBay anbietet. Das heißt, ihr sendet die Produkte ganz normal, auch wie bei Amazon zu Orange Connex ein. Die lagern diese für euch und versenden die an den Endkunden. Das Ganze wird natürlich pro Bestellung bearbeitet. Man kann mehrere Bestellungen machen und es gibt die Möglichkeit, eine Multichannel zu nutzen. Das heißt, ihr könnt mehrere Plattformen, zum Beispiel auch auf anderen Marktplätzen wie Check24, wie Real.de, wenn ihr da auch verkauft, könnt ihr das Ganze eventuell auch anbinden und dann durch Orange Connex das Ganze abwickeln lassen und den Versand an den Endkunden bewältigen lassen. So, einfaches und effizientes Setup, das wird das Ganze dann auch mit einem Verkäuferschutz versehen und die Produktsichtbarkeit wird erweitert für Produkte, die dann über eBay Fulfillment bzw. über Orange Connex versendet werden. Schauen wir uns das Ganze einmal ins Detail an. Also, alles, was sie benötigen. Starke Logistikpartner. Also, Orange Connex soll ein starker Logistikpartner sein, der in Deutschland, Europa und in die ganze Welt eventuell sogar verschicken kann. Hier wird jetzt nur Europa genannt und ermöglicht den Multichannel-Versand. Das heißt, wie schon gesagt, auch von anderen Marktplätzen oder eventuell sogar eurem eigenen Online-Shop könnt ihr die Waren versenden lassen und das Ganze durch diesen Partner abwickeln lassen. Ein Verkäuferschutz wird hier geboten. Was heißt Verkäuferschutz? Alle negativen Bewertungen und sowas wird für euch nicht mehr anfallen, denn wenn ihr den Fulfillment-Service nutzt, dann kann euch nichts mehr passieren. Es sei denn, ihr werdet das Ganze dann mit dem Kunden irgendwie falsch kommuniziert haben, weil das Produkt nicht richtig beschrieben wurde. Dafür kann der Fulfillment-Partner nichts. Jedoch, was den Versand betrifft und die Versandzeit und die ganze Transportsache zu dem Kunden, da seid ihr raus. Das macht das Fulfillment für euch und es soll auch recht schnell gehen. Noch näher an ihren Kunden, also es wird auch alles mit 100% Sendungsnummern versendet, alle Pakete sind versichert und das Ganze wird euch dann auch zur Verfügung gestellt mit einem Kundendienst, der für Rückfragen immer für euch zur Verfügung steht und euch alle Fragen beantworten kann. Mehr Umsatz und Sichtbarkeit durch Fulfillment. Wenn ihr diesen Fulfillment-Service nutzen werdet, dann möchte eBay euch dafür belohnen beziehungsweise euch die Sichtbarkeit noch besser geben für eure Produkte. Das heißt, eure Produkte werden im Listing dann kenntlich gemacht, dass ihr mit Fulfillment-Service arbeitet und das Ganze dann noch besser positioniert. Also man hat da gewisse Vorteile. Direkte Integration, das heißt, ihr werdet den Fulfillment-Partner Orange Connex direkt verbinden mit eurem eBay-Konto. Das heißt, alle Bestellungen werden direkt an den Fulfillment-Partner versendet beziehungsweise übermittelt und dieser versendet für euch die ganzen Bestellungen und zwar zeitnah und sehr schnell. So müsst ihr quasi keine Verwaltung mehr machen, was das ganze Versenden angeht. Ihr müsst nicht separat irgendwelche Lieferadressen mitteilen und so weiter. Das passiert komplett automatisch. Was bleibt, ist natürlich die Kommunikation mit dem Kunden, was das Produkt angeht. Wenn Fragen zu dem Produkt sind, da seid ihr immer noch gefragt. Jedenfalls der Versand wird euch demnach abgenommen. Und eBay eine vertrauensvolle Partnerschaft. Ihr werdet euer Geschäft besser skalieren und ihre Kunden werden glücklicher. So wird das hier beschrieben. Schauen wir uns mal weiter an, warum wir zugleich mehrere starke Partner, um sie bestmöglich zu unterstützen. Also hier wird sehr vieles wiederholt. Wie funktioniert das Ganze nun? Wie auch in anderen Programmen und anderen Prozessen läuft das hier so ab, dass ihr euch anmeldet. Dann wird die Lagerung gemacht. Das heißt, ihr sendet eure Ware an den Partner Orange Connex und die lagern für euch die Ware ein. Dann das Fulfillment Service wird gemacht. Da übernehmen die natürlich die volle Haftung. Es wird alles mit Sendungsverfolgung versandt und ihr genießt den Käuferschutz. Also es wiederholt sich hier vieles. Ein Kundenservice bekommt ihr definitiv auch. Und zwar habt ihr, wie gesagt, einen Kundenservice von Orange Connex, den ihr jederzeit kontaktieren könnt und mit denen eventuelle Einstellungen, Probleme und Fragen immer jederzeit klären könnt. Soweit so gut. Klare Kostenstruktur und attraktive Raten. Das ist wohl das, worauf es den meisten auch ankommt, dass man hiermit Kosten sparen kann und quasi diese Abwicklung sich durch diesen Partner abnehmen lassen möchte. Lagerhaltungskosten kommen natürlich auch dazu. Ihr habt hier zum Beispiel einen Durchschnitt. Lagerhaltungskosten werden im Durchschnitt mit 13,20 Euro pro Kubik pro Monat berechnet. Zum Beispiel auch wie bei Amazon von April bis September zahlt ihr 9,90 Euro. In allen übrigen Monaten 16,50 Euro. Das ergibt halt den Durchschnitt dann von 13,20 Euro pro Kubikmeter und pro Monat. Und zwar haben wir hier ein Beispiel. Und zwar ein Kostenbeispiel. Zum Beispiel für so einen Föhn. Einzelpreis, also es wird Pick und Pack gemacht. Das heißt, es wird verpackt. Es wird versendet für euch. Dann Versandmaterialien sind inklusive. Haftung bis 500 Euro ist inklusive. Sendungsverfolgung ist inklusive. Lagerung kommt zusätzlich. Das heißt, das Fulfillment kostet hier für so einen Föhn, man kann sich die Maße so ungefähr vorstellen, 4,06 Euro plus anteilig die Lagerkosten von 13 Cent ergibt 4,19 Euro. Für die ganze Abwicklung inklusive Arbeit, inklusive Lagerung und Versand natürlich. So, dann haben wir hier den Paketversand. Schon ab 3,89 Euro ist es möglich. Ich muss dazu sagen, ich habe mit dem Partner Orange Connects telefoniert. Sie bieten nicht wie Amazon zum Beispiel solche Kleinsendungen an, so wie Briefsendungen, was Amazon ja auch macht, die ja auch bei Amazon versichert sind. Orange Connects macht das Ganze nur mit Paketen. Demnach ist das Ganze auch hier erst ab 3,89 Euro möglich. Und wie ihr seht, ist das Ganze auch abhängig von Gewichten natürlich und Lagerkosten und natürlich auch der Multi-Channel-Aufschlag wird auch hier berechnet. Was ihr aber machen könnt, ist sparen. Und zwar seht ihr hier den Sparfuchs-Rabatt. Wie kann man hier sparen? Sparen tut man so, wenn man schon das Paket fertig gepackt hat. Also die Ware in eine Paketverpackung verpackt hat, verklebt hat und das Ganze so versendet. Dann könnt ihr hier in dem Fall und in dem Beispiel 49 Cent sparen. Das kann sich wie gesagt auch etwas unterscheiden. Das kommt natürlich auf die Masse an und bei einem gewissen Aufwand beziehungsweise bei einer gewissen Menge an Paketen kann sich das durchaus lohnen. und müsst ihr natürlich schauen. So, soviel zu dem Paketversand. Was sehen wir hier weiter? Das reicht noch nicht. Wir können mehr. Also, eigentlich schon alles gesagt. Die wiederholen sich hier ziemlich oft, muss ich ehrlich sagen, in deren Script. Multi-Channel-Zuschlag gibt es, ja. Dann Etikettier-Service, 23 Cent pro Paket. Kommt auch dazu. Sparfuchsrabatt für ihre Verpackung 49 Cent. Also scheinbar ist es wirklich immer 49 Cent, wenn man das Ganze schon vorgepackt hat. Und zusätzlicher Pick, das wäre ideal für Bestellungen mit mehreren Artikeln. Das heißt, 22 Cent wird zusätzlich berechnet, wenn der Mitarbeiter mehrere Artikel in ein Paket packen muss. Da wird dann auch ein Aufschlag fällig. Also, wie ihr seht, gibt es hier auch einige Aufschläge, jedoch aber auch einige Rabatte, die ihr erzielen könnt, wenn ihr das Ganze schon mal vorarbeitet. Wenn das Ganze jetzt für dich gut klingt und du sagst, ich möchte es probieren, meine Waren sind dafür gedacht, dass man das so auch abwickeln kann, oder du sagst, ich habe gar keine Zeit, möchte jedoch trotzdem auf Ebay verkaufen, dann kannst du diesen Fulfillment Partner von Ebay nutzen, um das Ganze auszuprobieren. Es gibt, wie gesagt, viele Vorteile. Die Anbindung ist ganz leicht und ganz schnell möglich. Wenn man die Waren auch dann einlagern lässt und das Ganze aufstellt, ist man dann fürs Weihnachtsgeschäft definitiv gut ausgerüstet und das Ganze kann hier sich durchaus für den einen oder anderen lohnen. Wie meldest du dich da jetzt an? Ich habe den Link unten in die Beschreibung gepackt. Und zwar meldest du dich über diesen Link hier an, findest du unten, wie gesagt, jetzt Beta-Phase teilnehmen. Da klickst du dann drauf, füllst dieses Formular aus, sendest das ab und dann nimmt ein Mitarbeiter mit dir Kontakt auf. Hier haben wir noch einzelne Daten, die dazu stehen. Wir haben hier auch noch das Beispiel mit dem Föhn und sonst hier auch eine Gebührenübersicht ins Detail. Kannst du dir anschauen. Was du auch noch zugesendet bekommst, ist eine Liste von verbotenen Artikeln. Und zwar ist es so, dass Orange Connects nicht alle Artikel für dich abwickeln lassen kann, denn es gibt gewisse Artikel, wie zum Beispiel Gefahrgut, irgendwelche chemischen Stoffe und, und, und. Da gibt es sehr viele, die aber meistens nicht jeden betreffen. Diese übernehmen die nicht. Das heißt, dafür machen die auch keine Lagerung und auch keine Abwicklung, also gar kein Fulfillment Service, bieten die dafür an. Da musst du dich natürlich vorher informieren, ob es deine Artikel auch eventuell betreffen kann, aber in der Regel, wie gesagt, nehmen die alles an und wickeln das für dich ab. So viel zu dem eBay Fulfillment Service bei Orange Connects. Wenn dir das Ganze gefallen hat und du das wirklich als Variante für dich siehst und das Ganze abwickeln möchtest und eventuell sogar einfach ausprobieren möchtest, dann kannst du das tun. Links findest du, wie gesagt, unten in der Beschreibung. Wenn dir dieses Video gefallen hat und dir das eine Hilfe war und du jetzt vielleicht einen Mehrwert davon hast, dann freue ich mich, wenn du mir einen Like da lässt und diesen Kanal abonnierst. Gerne auch die Glocke drücken, so verpasst du kein weiteres Video. Ich freue mich bis zum nächsten Video, wenn du dabei bist und bis dahin viel Erfolg beim Verkaufen. Alles Gute. Tschüss.